Weil die Sozialdemokratie die richtigen Antworten für die entscheidenden Fragen hat und damit die Weichen stellen wird für eine gute Zukunft für alle. Weil wir für Zusammenhalt stehen und für Gemeinsinn und das ist das, was diese Gesellschaft gerade braucht. Hier kann ich alles verwirklichen, was ich denke. Meine Vision von einer gerechten Welt. Dank der SPD konnte ich studieren und habe die Chancengleichheit, für die wir stehen, miterlebt. Ich glaube, dass die SPD die Partei ist, die auf die Zukunft eine gute Antwort hat und die Partei ist, die in ihrer Geschichte ihren Namen nicht ändern musste. Weil wir die Besten sind. Ich bin Arbeiterkind und von daher wurde mir das in die Wiege gelegt, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Soziale Gerechtigkeit, wie leben Sie? Sozialer Zusammenhalt in der Stadt, das ist wichtig. Die Ellenbogen dürfen sich nicht durchsetzen. Welche Partei sonst? Soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ich bin so sozialisiert. Für mich käme nach 1990, mit 17, überhaupt nichts anderes in Frage, als eine Partei, die für soziale Gerechtigkeit steht. Weil keine andere Partei sich der Frage stellt, wie der Zusammenhalt in dieser Stadt funktionieren soll. Warum nicht SPD? Weil es keine andere Partei gibt, die so viel Gutes für die Menschen bewirkt. Weil sich keine andere Partei für die soziale Gerechtigkeit so einsetzt wie die SPD. Die SPD verbindet Soziales mit Ökologischem. Weil sich die SPD und die Menschen in der SPD für Arme, für Benachteiligte engagieren. Sozialdemokratie ist für mich in allererster Linie eine Haltung. Die SPD steht für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Weil wir in der SPD Antworten auf soziale und ökologische Fragen haben. Für mich kam gar nichts anderes in Frage. Weil das wirklich eine Tradition für soziale Gerechtigkeit steht. Weil die SPD die Partei, als sie das Aufstiegsversprechen einhalten kann. Weil ich glaube, dass wir die Einzigen sind, die eine moderne Sozialpolitik hinbekommen. Weil das ist meine Partei, das ist meine Herzenssache. Weil nur die SPD für echte Chancengleichheit für mich steht. Weil SPD für alle da ist. SPD, was sonst? Weil die SPD es schafft, für alle Menschen eine Politik zu machen. Tja, es gibt nichts anderes, oder? Was vernünftig ist. Weil es die beste Partei ist. Weil es die Kümmererpartei ist, die zeigt, dass wir für jeden ein offenes Ohr haben. Sozial und demokratisch, das passt zu mir. Weil die SPD Politik für alle macht. Soziale Gerechtigkeit und alle Menschen mitnehmen. Habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Weil die SPD meine Freiheiten am besten schützt. Weil die SPD die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Ich bin so Sozialdemokrat. Viel sozialdemokratischer kann man nicht sein. Weil ich glaube, dass soziale Gerechtigkeit realistische Politik sein muss. Was denn sonst? Ja, weil die SPD die Partei der Arbeit und des Sozialstaats ist. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.